Hallo und damit herzlich willkommen zurück bei Outlast. Wir haben ja die Story durchgespielt und jetzt bleibt uns nur noch das DSC, Whistleblower. Ich habe eigentlich keine Lust darauf, aber ja, was soll's, wir müssen jetzt da durch und ich dachte mir, nach so langer Zeit muss ich doch das DSC mal bringen. Von daher, ja, let's go. Ähm, ich glaube auf schwierig oder normal habe ich es gespielt. Ich glaube normal. Mal schauen. Den Pulset ja oben rechts wieder. Und ja, mal schauen, was uns hier so erwartet. Ich habe keine Ahnung vom DLC, das habe ich noch nicht gespielt. Okay. Eww Zwei Stunden vorher Sie kennen mich nicht, du musst mich kurz fassen, werdet wie ich beobachtet. Ich war zwar zwei Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Markov Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Ich breche gerade alle möglichen Geheimortungsvereinbarungen aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, verstehe es nicht, glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Die Doktoren fassen etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Markov Sheffield Geld. Das muss aufgedeckt werden. Von Miles Upshore An Anonym Illegale Aktivitäten beim Markov Psychiatric Systems Wir wissen ja alle, was Whistleblower heisst. Jemand Diri Firma hintergeht Betriebsgeheimnisse verrät oder eben Spionage betreibt, so gesagt und E-Mail zu sehen. Nichts, nichts Alles gut Und somit herzlich willkommen zurück beim Markov Psychiatric Psychiatric Okay, den Untergrund hier kennen wir schon. Aus dem normalen Game Ich werde mich manchmal ausblenden Versuche ich zumindest Um das Thumbnails zu machen Um das Thumbnails zu machen Wir werden nicht genug Informationen geben. Du bist in Weyland Park, nicht wahr? Warum antwortest du auf die Seite? Ich werde ihnen sagen, dass du kommst. Okay, warte. Hier kann ich nicht. Lässt eine sehr viel Gutes verhoffen hier. Ja, alles gut. So, ich bin ja schon hier. Das ist ein Aero Cut. Der Patient ist 30 Sekunden entfernt und wir sind blind in seinem Kopf. Ich kann ihn in die Kampagne, um ihn zu verlassen. Nein. Ich brauche noch eine weitere Bewertung. Herr Park hier wird uns auf und gehen, bevor wir es überhaupt wissen. Genau, Herr Park? Hm. Es liegt nicht viel Gutes, die wir heißen. Äh, Steve? Der fMRI ist noch schmerz. Du weißt, unser Freund, Herr Weyland Park? Was ich mir über die Mehrheit für den Bersacken. Ich bin über die Erweiss für sie. Fuck me, sie bringt ihn in. Oah! Nein, 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 nein! Nein! Nein, nein! Sack, Bord. Fuck's! Ich kann mich nicht. Ich hab ihn nicht. Nein, nein! Lass ist das so verrooted. No, ich bin da. Schmerz. Weg zurück 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 zurück. Ja. Du weißt ganz genau, dass dies schlecht ist, was wir hier machen. Wenn wir nicht unbedingt losgehen. Okay. 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 Wernecke wartet auf uns, wenn ich das richtig gehört habe. Okay. 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 Scheiße. Nein. No. No. Whistleblower Wäre auch zu schön gewesen, wenn's geklappt hätte. Und deshalb sind wir hier gelandet. Auf diesem Stuhl. Gewesselt. Oh shit. Der Wallrider. Oh come on. Er ist wieder hier. Ich dachte ich werde ihn los. Ja von dem ist wohl nicht mehr viel übrig geblieben. Nee. Nicht die Kamera. Und Tageblatt. Soll ich sterben? Ich hab's verkackt. Oh Gott. Wo bin ich? Es sind Stunden vergangen. Oder Wochen. Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen ihn anzuschauen. Den Antrieb. Ich muss Hilfe holen. Unbedingt Hilfe herholen. Lisa. Es tut mir leid. Soll ich sterben? Dann weiss ich, dass du mich finden wirst. Ich weiss, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier darauf das tun können, was ich nicht konnte. Die Wahrheit zeigen. Lisa Baby. Es tut mir so leid. Ich hab's verkackt. Ich dachte ich tu das Richtige. Ich hab sowas von verkackt. Ich glaub ich sollte rennen. Hehehehe. Hehehehe. Tschüss. Tschüss. Schließ die Tür. Die Musik heißt jetzt schon was Gutes, ne? Bye. Erstmal den August Schiss machen. Dann kann ich mich gleich ducken. Dann kann ich mich gleich ducken. Dann kann ich mir wiederancieren. Dann schieß ich ihn. Komm schon, zu fangen. Die Wyomingpolitik hat uns je nach unten schießt. Dann kann ich mich zurückkommen. Weist erherla吃, wenn ich mich auf ande. Ich bin jetzt wieder Size für mich. Und dann kann ich mich auf... Dann kannst du dich. Ich bin Sperger. Das ist ein Neues-A-Bit-Modell. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017